Meine Güte werden die Kranke. Ach du Scheiße, was habe ich nur angestellt? Was geht Leute? Ender & Fox ist wieder am Start. Heute habe ich mir überlegt für Couch Friday Frostpunk zu spielen. Es ist ein neuerer Spielstand als die bisherigen Folgen von einer langen Zeit davor. Die meisten werden es wahrscheinlich schon kennen. Ich gehe nur kurz darauf ein. Deshalb, los geht's. Ich bin nach wie vor wieder fertig. War eine harte Woche. Viel zu viel geschlafen, auch nach der Schule. Aber ich versuche dennoch ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe euch geht's gut. Mir geht's auch gut. Nur fertig. So. Wir haben hier unsere neue Siedlung. Weil das man unserer Siedlungen keinen Namen geben kann. Aber wenn sie einen Namen hätte, dann wäre das die Siedlung New Horizon. Was ist anders? Ich habe viel mitgenommen vom letzten Mal. Ich habe viel übernommen. Viel geändert. Und die Schwierigkeit ist anders. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, eine etwas schwierige Kampagne gewählt. Was man anhand der Temperaturen, starken Temperaturen gemerkt hat. Wir haben jetzt auch minus 60 Grad. Aber wir hatten genug Zeit, uns vorzubereiten. Wenn wir uns hier unsere Wärmebildkamera anschauen. Ja, es ist kalt. Aber es ist noch im erträglichen Bereich, würde ich jetzt sagen. Wer Frostpunk noch nicht kennt, es ist ein Survival-Strategie-Spiel. Eine Aufbaustrategie mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Und eine riesige Welt, die wir zu entdecken haben. Das Messe habe ich schon entdeckt. Genau. Wir sind noch recht am Anfang. Auch wenn wir 22 Tage überlebt haben. Kommt, glaube ich, noch einiges dazu. Von den Add-Ons wollen wir gar nicht ersprechen. Lange Rede, kurzer Sinn, dann fangen wir mal an. Also. Wir haben zwei Speertrupps. Speertrupp. Sagen wir, die sollen hier zur Dreadnought-Ablegestelle gehen? Am Ufer der gefrorenen Bucht können wir die Silhouette eines riesigen Schiffes erkennen. Ein breiter Korridor aus zerborstenem Eis führt aus westlicher Richtung der Aufzug. Neun Stunden brauchen sie da hin. Speertrupp 1 kommt zurück. Mit sehr viel Loot. Sehr viel Rohstoffe. Sehr schön. Die sind mehr als zufrieden. Noch schöner. Die nächtliche Prozession beginnt beim Generator. Unsere Gesetzeshüter. Glaubenshüter eher. Halten jetzt was ab. Nächtliche Prozession. Glaubenshüter versammeln unsere Einwohner und führen sie in eine Prozession an. Bisschen kalt. Dementsprechend gehen wir mal auf Overdrive. Bringt nur nicht viel. Bringt nicht viel. Uh, die werden krank. Die werden alle krank. Ist auch eindeutig zu kalt hier. Meine Güte werden die krank. Ach du Scheiße. Was habe ich nur angestellt? Das wissen wir uns merken. Niemals eine nächtliche Prozession abhalten bei minus 60 Grad. Wir haben Kapazitäten für 40 kranke Patienten. Alter Schwede. Alter Schwede. Einfach alle krank. Noch ein Diebstahl. Captain, die Londoner stehlen wieder. Sie haben 96 Essensrationen aus dem Vorratslager entwendet. Die Einwohner sind wütend darüber, dass den Londoner ihre verrückte Idee wichtiger ist als die Bedürfnisse der Stadt. Ja. Glaubenshüter. Let's do it. Aber Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Da haben wir uns echt selber ins Knie gepiebt. Auf frischer Tat ertappt. Unsere Glaubenshüter haben gute Arbeit geleistet. Sie haben die Vorräte wieder beschafft und noch wichtiger, eine der Übeltäter gefasst. Jetzt können wir diesen Diebstählen ein Ende machen. Sie fragen, was wir mit dir machen sollen. Hm. Verbannt ihn. Na gut. Ihm ging es ja auch nur darum, sein Leben zu retten. Wahrscheinlich ist da auch ein bisschen ein Zwang dabei. Gibt ihn die Chance, Buße zu tun. Oh, von 10 auf 19 hatten wir vor, auf 9. Das ist sehr gut. Nur die Kranken. Ach du Scheiße. Junge. Die sind jetzt lange krank. Na gut, dann brauche ich vielleicht doch noch... eine zusätzliche Sanitätsstation. Ärzte haben wir genug. Die Londoner verlieren Anhänger. Ja, das war's dann wohl mit den Londoner. Sieben Tage hätte ich noch Zeit gehabt. Sah ja, einige der Einwohner, die nach London fliehen wollten, haben es sich anders überlegt und wollen hier weiter kämpfen. Sie sagen, ihre jüngsten Entscheidungen hätten sie davon überzeugt, dass es hier für uns noch Hoffnung gibt. Ich freue mich, das zu hören. Der Allmächtige hilft denen, die sich selbst helfen. Also arbeitet weiter. Ich muss durchhalten. Leute verlassen sich auf mich. Und Spieltrupp 1 kommt zurück mit unserem massigen Loot. Da freuen wir uns sehr. Ja. Wie ihr jetzt schon wahrscheinlich gemerkt habt, Frostpunk ist sehr entschleunigend. Aber wie typisch für Couchweide spiele ich ja meistens immer entschleunige Dinge. Ja, es ist zwei Ebenen runter. Spieltrupp 1 ist sicher zurückgekehrt. Mit Kindern. Na gut. Okay. Wir gucken uns nochmal die Wärmekarte an. Wir können jetzt ganz viel sparen. Wir können jetzt mal wie viel wir sparen können. Wir können, glaube ich, alles ausmachen. Wir müssen jetzt mal schauen. Die Generatoren. Moment. Jetzt müssen wir kurz mal schauen, mal schauen wieviel grad so ein Dingens braucht ob ich die einzeln aufwärme oder ob ich na wo ist es dann Dampfzentrum macht 3 Dampfzentrum macht 3 minus 3 ein Treibfoss macht minus 2 das heißt wir haben 2,4,6,8 wenn ich aber hier das ausschalte reicht vollkommen aus das gleich mal hier warum ist die Küche noch an warum ist da überhaupt noch jemand achso ne ist ausgeschalten ok hier, hier und hier so oh ich hatte ja noch Overdrive an gut aber der Radius ist recht groß hab ich nicht gedacht ach in allen Wärmezonen ist nicht nur der ah ok ich verstehe kurz hier den Test sorry Leute ich muss viel hin und her klicken ja da macht es doch Sinn wenn ich ja die mach mal an und aus die mach mal aus und so mach mal aus so 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 können wir es lassen ja das passt so können wir es lassen so so 18 Häuser brauche ich haben wir hier Patienten? nein dann machen wir es aus Rohstoffdepot ist aufgewertet das ist sehr gut jetzt haben wir eh en masse und brauchen wieder ähm mal gucken da bauen wir jetzt die vierte Ebene aus dann machen wir gleich voll so nächste Forschung dann gehen wir gleich auf großes Rohstofflager großes Rohstofflager und gehen wir gleich auf 150hz braucht er braucht er Lappen Außenposten können wir auch mal machen dann haben wir schon mal Nahrung gesichert heute ebenfalls machen wir mal Außenposten das ist schon mal safe wie hoch ist unser Verbrauch ok ja bitte sah ja eine Gruppe Predigter Predigter mit ihnen über das Gesetz zur öffentlichen Buße sprechen was sie unterzeichnet haben sie finden das zu weit geht wir sind uns einig dass Buße eine Wahl und keine Pflicht sein sollte man kann die Menschen nicht zur Wahrheit zwingen sie muss von selbst in ihren Herzen kommen hat er vollkommen recht wenn ich schon zwinge Buße zwinge dann 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 äh ist es schon fast wieder Ditak Ditaktur Diktatur meine ich mein Gott ich weiß was richtig ist nein ich werde über ihre Worte nachdenken ok was sollte ich noch machen achso achso ähm Standard Mahlzeit haben wir wieder gut 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 ok unsere Speer haben jetzt zur Zeit keine Arbeit dementsprechend warten wir jetzt erstmal aber Sperrtrupp 2 ist angekommen in der Dreadnought Anlegestelle hier wurde ein großes Schiff demontiert nur die riesigen Kielplatten liegen noch unter dem Eis Eisenbahnschienen Führung nach Süden Kross wir haben ein Stück einer Rumpfplatte gefunden und einem Felsen geschrumpft auf hier ist etwas eingraviert im Jahre 1886 landete hier eine amerikanische eine amerikanische Expedition mit ihrem Schiff der U der US heute ist echt schlimm im Regen die USS Hephaestus auf der Suche nach einem sicheren Hafen der globalen Vereisung möge der Allmächtige den Seelen unserer Landsleute an Bord unseren Schwesterschiffes der USS Prometheus genig sein die unterwegs verstarben ja ja und hier aus die haben auch richtig Glute die arktische Station ein selbstsam geformtes Gebäude mit zahlreichen Antennen und Instrumenten es sieht wie eine Art Forschungsanlage aus da geht jetzt mal hin schauen wir weiter so Gebäude werden gebaut jetzt haben wir richtig viel Kohle können wir uns überlegen ob wir hier noch was anderes bauen ob wir hier könnte eins abreißen dann hätte ich einen größeren im größeren Bereich eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben jetzt doch sieben acht, neun, zehn und hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben acht, neun, zehn ja genau so macht also keinen Unterschied ok neues Gesetz wie man hier gut sehen kann kann man hier Gesetze entscheiden hat alles Vor- und Nachteile alle wollen einen Beitrag zum Überleben unserer Stadt leisten wenn wir den Amputierten wieder zu voller Tauglichkeit verhelfen können sollten wir das tun ich habe, glaube, null Schwerkranke es musste keiner bisher amputiert werden oh, was ist das? das brennt ja der Käpt'n wird den Titel Beschützer der Wahrheit annehmen als einziger wird er uns sagen kann was richtig und was falsch ist und uns so in unserem Glauben anleiten weil die Fähigkeit Wort des Käpt'ns Glaubenshütter hat jeder Einsatz verringert die Unzufriedenheit stark okay ach, allgemein geht die Unzufriedenheit wahrscheinlich hoch unsere Glaubenshütter zieht von Tür zu Tür um die Nachricht des Käpt'ns zu verbreiten und sicherzustellen, dass seine Worte gefolgt werden quasi dann bin ich ein Gott Tempel wir werden eine Punktvollsteugnis für die Hingabe unseres Volkes errichten es wird die Hoffnung in den Herzen der Gläubigen entfachen und die Zweifler umstimmen ja, Moment Tempel du bist gut ein Tempel ein Tempel ja, das kommt direkt in der Kirche würde ich sagen hier hin zack, hier hin Tempel hat sogar Basis Stufe 3 Basis Heiz Stufe sehr gut gut das ist ausgeschalten das ist ausgeschalten sonst brauchen wir eigentlich nichts wir sind echt gut bedient wo ist unser Wirtshaus ist unser Wirtshaus weg? habe ich das vergessen zu bauen? kann das sein? manchmal ist es echt ein bisschen übersichtlich übersichtlich aber ich befürchte wir haben es vergessen oder wir haben es abgerissen fürs Krankenhaus und dann wieder vergessen aufzubauen hier passt es eigentlich perfekt rein ist noch in der Hitze drin was machen wir jetzt ein bisschen außerhalb der Stadt ist noch ein bisschen außerhalb der Stadt aber ich denke das müsste passen Fabriken können wir jetzt demnächst auch mal bauen der Tempel wurde errichtet das prächtige Symbol unserer Hingabe kann überall in der Stadt gesehen werden schon ein Riesenteil und das machen wir fest Predigt und das machen wir fest Predigt öhm Wir haben eine großartige Stadt, muss ich schon sagen. What? Drei Stufen runter, das sind minus 80 Grad. Da müssen wir auf jeden Fall in der Isolierung was machen. Definitiv. Hochstoffdepot. Was hat noch das Kleine? Sägewerk, Kohlegenerator, Dampfkohlegenerator. Die Tür der arktischen Station wurde eingeschlagen. Grenzen Kampfspuren zu sehen, zerbrochene Möbel, beschädigte wissenschaftliche Instrumente und Blutschmerzen. Die letzte Entdeckung. In der geplünderten Station fanden wir Teslas Audiotagebuch. Eine Stimme sagt, die beobachteten Veränderungen, auch die Verdunklung der Sonne, können nicht ausschließlich durch Vulkan Asche verursacht worden sein. Was, wenn das große Erdbeben 1887 in Patagonien ein Asteroideneinschlag war? Rufe und Lärm sind zu hören, dann Stille. Zahlreiche Spuren fügen vor der Tür in Richtung der Berge. Ja, näher mal mit. Gehen hier zum Höhlenversteck. Weil das näher dran ist. Am Fuse des Hügels ist eine dunkle Öffnung, ermutlicht der Eingang zu einer Höhle. Rauch dringt hinaus. Hm. Wir gehen erst zum Eiskorridor. Ein breiter Korridor von zerbrochenem Eis zieht sich an der Küste entlang. Soweit das Auge reicht. Offensichtlich hat die amerikanische Dreadnought ihn hinterlassen. Und danach. Aber ich befürchte, dass da wieder was mit Entscheidung kommt. Und dann. Entscheidung. Und dann. Und dann habe ich wieder Angst, dass wir unseren Spätdruck verlieren. Deswegen gehen wir jetzt erstmal den unteren Weg. Okay. Wir gehen gerade noch durch, was wir noch bauen können. Okay, noch eine Werkstatt bauen. Dann geht alles noch schneller. Das machen wir gerade, weil wir haben so viele Wissenschaftler. Hier. Das machen wir anders. Wir bauen es jetzt doch schon an der Stelle. Oder ich gehe mit der Dampfzentrale ein bisschen weiter raus. Aber wir können eigentlich ein gutes Stück rausgehen. Oder nicht. Wir machen es jetzt mal aus. Mit der hat die eigene Versorgung. Wir probieren es mal aus. Machen wir den Scheiß aus. Ja komm, wir reißen es einfach mal ab. Machen wir die nächste Werkstatt hin. Oh mein, ich kann mich schon wieder nicht entscheiden. Oh mein, ich kann mich schon wieder nicht entscheiden. Mal, ich kann mich schon wieder nicht entscheiden. Mal hier. Alles nochmal umbauen. Kapitän, die Londoner stehlen schon, schon wieder. Sie haben 103 Essens-Rationen aus dem Vorgangslager entwendet. Meine Güte. Nur am Klauen. Sie waren erfolglos, Mensch. Oh, eine unserer Glaubenshüter wurde erschlagen, als er einen Diebstahl untersuchte. Wir haben einen der Diebe gefasst. Aber er ist nicht der Mörder. Was sollen wir mit ihm machen? Aber er ist nicht der Mörder. Aber er ist ein Dieb. Was soll Bus tun? Geil, nur noch drei Stücke. Oh ja, einer ist gestorben. Shit ey. und noch einer weg. Noch zwei Anhänger. Dann haben wir es geschafft. So. Wir bauen die Bergstadt hier hin und dahin. Und dann die Dampfzentrale. Und dann die Dampfzentrale. Dir abre самые серьезen Olden Amort Region im Auch. So. Und dann habt ihr suffers engage in O programmat neurorenehmen. Wie? 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 Komisch. Ah, warum ist dahin? Das ist im Radius. Wird schon passen. Erstmal hier Ingenieure wegnehmen. Normale Arbeiter reinmachen, dass ich genügend Ingenieure habe. Das passt doch. Was für ein wunderbarer Morgen. Jetzt kann der Tag kommen. Und ich habe mir das Würzhaus schon wieder weggemacht. Wieder überlegen, wo wird das hinlaufen. Neben der Kirche? Wo ist das hin? Eigentlich will ich das Zentral haben. Hätte auch funktioniert, wenn diese Barocken nicht im Wege wären. Kann ich aber nach außen bauen. Ja, die Stadt ist im Wandel. Wie in der Realität wird immer gebaut und abgebaut und neu gebaut. Und manchmal in näher weg. Aber das ist der Fortschritt. Kann man nicht aufhalten. Wie ist das? 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 Ja, das ist nicht der Fortschritt. Get to work, move people, and it's plenty to do. So, Außenpassen ist fertig, jetzt geht alles ratzfatz. Wir müssen die Dämmung erhöhen und wir können unsere Ostenposten bauen. Zwei Außenposten bauen, das ist gleich für Nahrung und Holz dann. Na gut, gleich zwei hin. So, ist auch angekommen, wir folgen dem breiten Korridor von zerbrochenem Eis, den die amerikanische Dreadnought die USS Faustus hinterlassen hat. Wir wundern uns, wie die amerikanische Dreadnought die USS Faustus die dicken Eischollen durchbrechen und wegschieben konnte. Vielleicht erfahren wir bald, wie es das geschafft hat. In der Ferne können wir etwas Großes erkennen, dass das Schwesternschiff die USS Bometor sein könnte. Hier gibt es nichts zu tun. Zerbrochene Dreadnought. Was können wir noch bauen? Eigentlich haben wir alles jetzt. Wir können wieder eine Predigt machen und ein Abendgebet. Wir machen das sehr gut. Unsicher ist es ja eigentlich nicht schwer, oder ich bin gut, aber ich glaube eher das Ding daran, dass es nicht schwer ist. Uns wird ja der Vorteil quasi in die Wiege gelegt. Mit der großen Wetterschwankung haben wir es ja nicht zu tun gehabt. Wir haben uns nicht lange anhalten. Sire, wir haben einen weinenden Mann im Tempel aufgefunden. Wir sind zu ihm gegangen und haben gefragt, ob er Hilfe braucht. Er sagte, dass er sie sehen wolle. Er sagte, dass er sie sehen wolle. Ich dachte, mein Glaube sei vor langer Zeit gestorben. Sire, zusammen mit meiner Frau und meinen Töchtern in London. Ich habe keinen Sinn in unserem neuen Leben und unserem Überlebenskampf gesehen. Aber heute, als ich den Tempel betrat, sah ich eine Zukunft für uns. Jetzt bin ich bereit, mich hier zu stellen. Oh, das war einer der Großen der Londoner. Ich habe ihn überzeugen können. Oh, da habe ich einen großen Verbrauch. Äh, Herstellung eigentlich. Ich glaube, wir könnten... Auf jeden Fall gehen wir hier mal runter. Und Treibhaus. Wärmedämmung wurde erforscht. Gut, gut, gut. Speisehaus. Wir haben nur ein Speisehaus. Ist ja nur das. Und dass es eigentlich, da es im Zentrum ist, denke ich mal nicht nötig. Den sehe ich jetzt nicht für richtig an. Aber wir können jetzt erstmal in die... Und dann können wir uns überlegen, mal die Wärmestufe zu erhöhen. Denn wir haben jetzt ja genug... ...Rohstoffe zu sammeln. Wir können auch noch mehr sammeln. Wir können auch noch mehr sammeln. Wir können auch eine zweite Kohle fabriken. So ist es nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal in die... Aber wir gehen jetzt erstmal in die... Überlegen, sollen wir gleich in die dritte Stufe gehen? Haben wir einen großen Vorteil? Eigentlich ja nicht. Wir können Häuser bauen. Wir gehen in die dritte Stufe. Und bauen Häuser. Alles voll mit Häusern. Alles voll mit Häusern. Und dann gehen wir zur nächsten Generatorstufe. Dann müssten wir vielleicht schaffen wir das innerhalb von diesen zwei Tagen. Schauen wir mal. Außenposten. Zähne Mitarbeiter. Es kommen doch auch... Menschen dazu, oder? Nein. Wir brauchen mehr Menschen. Auf jeden Fall. Für Holz. Das ist Nahrung. Hier. 150 Holz pro Tag kommt dazu. Das machen wir. Die meisten Maschinen an Bord der USS Rometors wurden demontiert und abtransmontiert. Der massive Dampfhammer, der auch das dickste Eis zerschlagen konnte, liegt zerbrochen am Bogen des Schiffes. Die nützlichen Maschinenteile der Drenaut wurden bereits geborgen. Ihre Hülle enthält noch so viel Stahl, dass der Bau eines Außenpostes gerechtfertigt wäre. Auf der Brücke haben wir ein Blockbuch mit Pestlers letzter Befehlen gefunden. Bringt alle Vorräte und die kräftigen Überlebenden auf die US aus der Faust aus. Nimmt die Amputierten nur mit, wenn genug Prothesen vorhanden sind und sie es sich nicht machen können. Sehr gut. Runden Stahl aus dem Posten. Jetzt sind sie mir langsam ein bisschen zu weit weg vom Höhlenversteck. Okay. Wir gehen noch zum Sägewerk. Wir können eine Art Einrichtung sehen, vielleicht ein Sägewerk. Es wirkt verlassen. Kalte Unterkünfte. Der Käpt'n einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperaturen. Die Unterkünfte. Okay. Innerhalb von 24 Stunden mit dem Beheizen von 10 kalten Unterkünften. Und heize sie zwei Tage lang. Schaffen wir nicht mehr. Es kommt die mega kälte Welle. Machen wir nicht. Darüber kümmere ich mich jetzt nicht. Nur über 1, 2 Tage. Ne. Hat keinen Sinn. Wie sieht's mit der Nahrung aus? Wir sind im Minus. Wie lange hält das? 2 Tage. Das passt trotzdem. In dem ich. Dann später. In dieses Industriere des Treibnohls entwickeln. Wieder genug Nahrung. Oder theoretisch könnte ich auch einfach wieder in Suppe investieren. Und dann ist die Trinklichkeit auch nicht mehr hoch. Wissen und Zufriedenheit ist jetzt auch nicht so schlecht. Das passt. Was machen wir eigentlich hier mit dem? Wir können sie erstmal auflösen. Wir konnten die Londoner auf keinen Fall gehen lassen. Wir haben das Richtige getan. Wir haben das Richtige getan. Keine Spaltung mehr. Wir sind eine Gesellschaft. Wir sind endlich wieder vereint. Die Vernunft hat schlussendlich gesiegt. Nichts kann uns trennen. Die Londoner sind wieder auf den richtigen Weg gebracht worden. Niemand möchte mehr die Stadt verlassen. Wir haben einen hart und kämpften sich gegen die Errungen, die uns entzweien wollten. Die Tragödie von Winterheim hat unsere Hoffnung zerstört. Die Angst hat die Einwohner dazu gebracht, verrückte Ideen zu folgen. Wir konnten sie nicht im Eisernen der Ödlern sterben lassen. Wir haben getan, was nötig war, um alle zusammenzuhalten. Gemeinsam sind wir stärker. In diesem Sinne beenden wir die heutige Folge für Couch Friday mit Frostpunk und mit meiner Wenigkeit. Ja, mir ist klar, Frostpunk ist sehr langwierig. Sehr entschleunigend. Aber muss auch mal sein. In diesem Sinne, ich hoffe euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer EnderFox. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.